Und wir haben entdeckt, dass wenn wir in diese tiefere Stille hineinfallen, dass was auch immer für einen Wunsch oder eine Sehnsucht in uns aufsteigt, dass wir dem nicht folgen müssen. Weil wir alle Wünsche haben, die regelmäßig auftauchen. Weil wir das Gefühl haben, dass alles immer ein bisschen besser sein könnte. Und dieses Wochenende haben wir gemeinsam entdeckt, dass wenn man in eine tiefere Stille kommt, dass es dann keinen Zug dahin gibt oder keine Anhaftung gibt, diesen Wünschen, die auftauchen, zu folgen. Und das könnten wir Freiheit nennen. Weil es sind die Wünsche, die uns anhaften lassen und immer etwas ändern wollen. Immer machen, dass wir etwas ändern wollen. Wenn wir tief in uns selbst hineinfallen, dann gibt es da so ein Gefühl der Vollständigkeit, des Zufriedenseins. Wir sind so okay, wie wir sind. Alles ist jetzt okay. Die Wünsche, die in uns auftauchen, die können uns von diesem Augenblick nicht wegziehen. Und wenn wir das vergessen, dann können wir ganz schnell in so eine Art Wunsch hineingezogen werden. Und wenn wir das wissen, dann können wir ganz schnell in so eine Art Wunsch hineinziehen. Und wenn wir das wissen, dann können wir ganz schnell in so eine Art Wunsch hineinziehen. Und wenn wir das wissen, dann können wir ganz schnell in so eine Art Wunsch hineingezogen werden. Untertitelung des ZDF, 2020